machen euch geht es einfach nächstes was gut so zu spät so klingstorben und normales Holz wenn es geht ja reichen hier 64 was klingstorben nee reicht erstmal und hier ist noch Holz gab es nicht normales Holz also unbearbeitet das komm wir gehen dann mal bei dir im zimmer schlafen okay ich kann bei mir nicht schlafen ich dachte wir schlafen jetzt bei mir in meinem Zimmer was soll das das wird nur Dekorationszimmer was willst du sonst überall hinbauen ja dann kann ich ja das doch alles anders machen bei mir du hast gesagt du machst sowieso alles so wie du es willst ja sie nehmen dein Bett nein ich hab hier zwei Betten ach so dann lass ich das nein wir lassen wir haben immer zwei Betten in einem Zimmer ja ja mein ich hab ich ja sieht einfach stylisch aus steilisch ganz steil ganz steil ganz steilisch ich habe Hast du schon Highstone gemacht? Ja, fürs Dach. Oh Gott, ey. Andreas, komm mal kurz her. Lauf mal vorhin. Lauf mal so. Das sieht so komisch aus. Also das... Ja. Das wackelt so komisch. Ist doch egal. Ja, ja, aber... Das nimmt mir das komisch. Jetzt brauche ich nur noch einen Bilderrahmen. Ja, geil, man. Versuch doch nur, dieses... dieses Fuck Tiger abzukriegen. Ich mach mal den Ton. Mach. Zwei Stück. Jetzt ist bei mir Maximilian alt. Erst jetzt? Ja. Ja. Okay. Oh, kommt schon. Kennst du das? Ich find's kacke, dass man sich... nicht aussuchen kann, was für ein Bild man haben will. Ja. Wie viele Bilder hast du dir gemacht? Zwei Stück. So. Willst du vielleicht eins haben? Ich brauch... ich brauch zwei. So. Du jetzt nimmst... Ich nimm dir eins ab, oder? Ja, ich muss erst mal gucken. Hm. Nee, ich mach mir dann gleich selber zwei. Oh Gott. Ich will doch mal dieses... Bild haben, wo dieser Typ... ähm... im Neetimes... Oh, Fuck. Ah, Fuck. Ah, Scheiß. So... So... ein... Scheiß. Ach, mach ich mir vielleicht da raus noch mal. Ähm... Was kann ich weglegen? Was brauch ich denn noch hier? Julian? Ja? Du musst auch mal was sagen, ne? Ich weiß nicht mehr was ich sagen soll. Ich will eigentlich nur noch aufhören. Dein Zimmer ist scheiße. Andreas, was für Bilder siehst du da? Ich sehe hier einen Creeper. Ne, ein Mensch der hinter einem Creeper ist mit einer Angel, der ihn voran zieht oder wie das heißt. Ach egal. Kommen wir jetzt aufhören bitte? Jetzt schon? Andreas, wir haben noch nie so lange aufgenommen. Ja, wir können gleich aufhören, okay? Nein, jetzt. Komm, ganz kurz noch. Mann, ist das scheiße. Ist das scheiße? Ehrlich gesagt nicht, aber du hast es zu meinem auch scheiße gesagt oder so? Ja, ich sag dir nur die Wahrheit. Das war Spaß. Äh. Was hast du da gemacht? Nichts. So. Kann ich sagen was man finden sollte? Was? Ähm. Ich weiß ja grad nicht wie es heißt. Aber Schilder brauch ich. Das ist es. Ich brauche ein Schild. Wozu? Geheim. Okay. Nein, Spaß. Ähm. Ah, fuck. Ich will mir was snacken. Was willst du denn da snacken? Was bedeutet überhaupt snacken? Äh, ehrlich gesagt weiß ich das nicht ganz genau. Pete'smeet benutzt das immer. Ja. Nein, bau die ein Hörer, Julian. Weil ich hatte in meinem Zimmer auch. Was? Die Fackeln. Ein Hörer. Aber ich dachte du willst die auf dieser Hörer haben. Nein. Wie ist das Haus unsymmetrisch geworden? Ja. Du hast nicht abgezählt, oder? Nö. So was machen nur Loser. Und die vorausplanen. Ja. Also Loser. Machst du das? Ja. Siehst du Loser? Nein. Ich höre jetzt auf, okay? Ähm. Kann ich das Bild noch drin machen? Wenn du dich ein bisschen beeilen willst. Ja, ich suche ja das perfekte Bild. Ganz ehrlich. Ich mach jetzt dieses Creeper-Fest. Genau, das habe ich gesucht. Wo kommt das jetzt? Ich. Creeper, komm bitte. Ja, enden wir. Creeper, hit me one more time. Ähm. Ja. Damit würden wir glaube ich die Aufnahme beenden. Ja, damit beenden wir die Aufnahme. Putz euch die Zähne, geht früh ins Bett und lernt für die Schule. Tschüss. So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Minecraft. Joa, auf und herzlich willkommen von mir. Ja, genau. Ähm. Falls jemand ihn nicht kennen sollte, das ist der Grinch Andreas. Immer noch. Immer noch. Seit 20 Parts. Naja, äh, dieses Aufnahme wird ganz kurz, ich habe mir hier einen Timer gestellt, äh, auf 19 Minuten, denn wir, äh, uns fehlen zwei Videos bis Samstag. Das ist, äh, morgen, morgen, oder? Ja, morgen. Ja, und deswegen. Warte. Knappen vier, äh, drei. Drei Stunden und zwölf Minuten. Also es ist jetzt 20.48 Uhr. Falls ich mich verrechnet habe, schreib es einfach in die Kommentare. Äh. Ich weiß es nicht. Damit habe ich dich auch eigentlich nicht gemeint. Ja, aber ich habe gerade nicht verstanden, was du meintest. Achso. Okay, okay. Das ist ja in Ordnung. Ja. Ach, fuck, ey. Hahaha. Ah, sein Telefon. Wow, 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 wow. Alter. Toll. Super. Ah, wieso ist jetzt der Creeper in die Luft gegangen? Wo kam er überhaupt her? Ja. Ach, fuck, ey. Na? Das war mein inkompetenter Nachbar. Ja? Ja. Und mir ist hier ein Creeper in die Luft gegangen. Wow! Ist das gut? Der heißt auf Facebook, Lukas geht ab. Ich glaube, ich darf das nicht sagen, oder? Ähm. Ist mir egal. Ja, aber egal. Der wohnt neulich mal 30 Meter von uns entfernt und ruft ständig an, ob mein Bruder zu Hause ist. Der ist so alt wie wir, 14. Und fragt nach meinem kleinen Bruder, ob er Zeit hat. Man fragt sich das schon ein bisschen. Ist das... Naja. Verstehst du was, ich meine? Ja, ich verstehe. Ja. Okay. Hast du ne Hake? Ja. Sag mal ganz kurz. Hier muss Wasser rein, glaub ich. Ne, das muss gar nicht. Kann gut sein. Ich wollte euch darauf hinweisen, dass ich, ja hauptsächlich ich, ein neues Projekt angefangen habe. Und das ist Lego Batman 2. Ähm, vielleicht könnten wir sowas in die Kommentare batschen, sag ich jetzt mal. Ne, nicht in die Kommentare, in die Beschreibung, genau. In die Kommentare schreiben. Oder? Erst sagst du Beschreibung und wieder Kommentare und dann wieder... Ich hab Beschreib... Hab ich davor Beschreibung gesagt? Beschreibung und wieder Kommentare und dann wieder Beschreibung. Oh, ich meinte, ich bin super. Andreas, hast du die Hake? Ich hab ne Hake. Ja, genau, ich hab zwei. Ich brauch bloß eine. Egal, ne beide. Ja, jetzt hab ich beide. Hab ich dir... Super! Super! War das jetzt auf irgendwas ne Anspielung? Oh, Anspiel... Ah ne, das heißt Fortspiel. Was? Hä? Alter, ich hab's schon so lange aufgenommen. Ist das normal, dass es so hängt? Keine Ahnung, frag dein Kopf, der hängt auch immer so. Mia ha ha. Mia ha ha ha! Jetzt fehlen uns hier auch noch Samen. So ein kack Creeper, ne? Äh, äh. Doch, der ist hier... Deswegen ist das Fett doch kaputt. Nee. Äh, doch! Boah, nee, ey. Ähm, kacke. Was? Boah, ich muss das Texture Pack ändern. Wieso? Weil jetzt kann ich, äh, erkenne ich nicht mehr, welches Holz was ist. Mit Specs erkenne ich das nicht gut. Okay. Baust du Brot? Jetzt kann ich... Jetzt kann ich... Ja. Ja.